Ja, liebe LR-Partner, wir sind hier in Frankfurt, gleich startet der Business-Day. TNT, wir sind da, wir freuen uns zierig drauf. Die Bude ist voll, also der Spaß ist vorprogrammiert. Es ist immer wieder schön, mit den LR-Leuten zusammenzukommen. Und natürlich war ich ganz neugierig auf die ganzen News. Wenn LR eine Business-Day veranstaltet, dann freust du dich eigentlich auf den ganzen Tag. Du kommst hierher und merkst, wow, also du fühlst dich als was Besonderes. Und das hat die Firma einfach raus. Wir sind super motiviert, hier nicht nur hervorragende Neuigkeiten zu präsentieren, sondern Deutschland insgesamt wieder weiter nach vorne zu bringen. Wir werden liefern, ganz sicher. Herzlich willkommen zum LR Business-Day. Bitte begrüßen Sie unseren Country-Manager Deutschland, Sido Hofmann. Was für ein Empfang. Und wir haben ja gar nicht angefangen. Jedes Mal habe ich gesagt, mir geht nicht mehr. Und jedes Mal geht noch was. Sehr spannend, sehr viel Input. Aber es macht halt auch mega Spaß und bringt uns, glaube ich, alle weiter. Sind Sie bereit, fünf Jahre lang einen Beruf auszuüben, den keiner haben will, um dann ein Leben lang einen Beruf zu haben, um den sich alle weltweit beneutigen? Man wird immer wieder überrascht, was so halt auf einen zukommen kann. Die packen immer wieder was Neues drauf. Das ist der Wahnsinn. Sie brauchen schnell Energiekick. In dem Bereich können wir doch was machen. Das neue Produkt ist natürlich der absolute Knaller. Ich bin ganz, ganz gespannt, das einzusetzen. Natürlich habe ich schon direkt bestellt. Was wir produzieren in Ahlen, muss so genial sein, dass Sie das aufnehmen können und damit Ihr Geschäft erfolgreich aufbauen und vor allen Dingen multiplizieren. Ich habe so ein geiles Team, weil das riecht man nicht alleine. Bei uns geht so die Post ab. Ich habe so Bock. Dankeschön. Natürlich ist es auch schön zu sehen und sich für die anderen zu freuen, was sie erreicht haben. Das ist natürlich auch Motivation für uns selber. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde in diesem Geschäft Präsident und ich habe neben mir Leute stehen, die werden es auch sehen. Darauf bin ich natürlich extrem stolz. Auf der Bühne stehen ist das eine. Was ich wieder habe, ist mein Leben wieder. Dankeschön. Jeder, der Bock auf Karriere hat, da bin ich dabei zu helfen, 100%. Man weiß einfach, dass man hier an der richtigen Stelle ist und dass hier auch alles das Herz am richtigen Fleck haben. Dass ich von meiner Firma, zu der ich stehe, für die ich sehr, sehr gerne arbeite, dieses Auto für ein Jahr zur Verfügung gestellt bekomme. Es ist ein riesiges Glücksgefühl. Ich kann es im Moment noch gar nicht in Worte fassen. Die gibt es seit über 30 Jahren, aber es wird immer jünger, frischer. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Und das ist einfach das, was ich so liebe an dieser Firma. Es wird ein Brett, was da jetzt kommt. Das merkt man auch in der Stimmung. Alle sind gut drauf. Alle freuen sich darauf, richtig was zu bewegen. Wir haben hier wirklich die Leute begeistert und gezeigt, dass LR die Network Company ist, an der man sich anschließen sollte. Das ist einfach nur die Leute, aber ich bin deutlich drauf. Untertitelung des ZDF, 2020